Es gibt viele großartige Android-C-Blots auf dem Markt, daher kann es schwierig sein, eines auszuwählen, das Ihren Anforderungen entspricht. Nun, in diesem Video teilen wir die von der Markt in diesem Jahr basiert auf dem Preis und den Situationen, in denen sie eingesetzt werden. Wir werden uns Produkte in jedem Budgetbereich ansehen. Also, unabhängig davon, ob Sie oder auf der Suche nach den Besten der Besten haben Sie eine Option. Wenn Sie also herausfinden möchten, welches Android-Tablet für Sie am besten geeignet ist, bleiben Sie auf dem Laufenden Sie also bis zum Ende, damit Sie nichts verpassen. Die Lenovo-Tab für Zehnten unsere Wahl für eine großartige Budget-Option, wenn Sie nicht bereit sind, zu viel für ein Android-Tablet auszugeben, aber dennoch etwas fähiges, inkompetentes Wünschen. Die Lenovo-Register-Karte für ist die, die wir empfehlen, insbesondere zu einem Preis von 120 Euro. Dieses Tablet verfügt über ein brillantes 10-Zoll-HDi-PS-System. Es verfügt außerdem über integrierte Dolby Atmos-Hocker-Stereo-Front-Lautsprecher, die sich ideal zum Ansehen von Filmen und Fernsehsendungen eignen. Die Gesamtklangqualität ist ziemlich gut und bietet viele gestochen scharfe Details. Dieser 64-Bit Quad-Cosnap-Tragon-Prozessor für Tablets bietet eine Leistung von bis zu 1,4 GHz und 2 GB auf RAM, was bedeutet, dass die Registerkarte für nicht für Aufgaben mit hoher Intensität wie Spiele oder schwere Medien gedacht ist. Dies soll ein Tablet mit Zahlen sein, mit dem sie leichte Multimedia und alltägliche Aufgaben. Der Akku in diesem Gerät kann bis zu 20 Stunden verwendet werden, bevor ein Aufladen erforderlich ist. Dies ist in Bezug auf die Ladezeiten hervorragend. Viel Ladung in Standby Modus und hält nach ein paar Tagen nicht Gebrauch nicht mehr. Es gibt eine Reihe von Anschlüssen an diesem Gerät, darunter eine Combo-Audiobuchse und eine MicroSD-Kartenschlitz. Sie verfügen über bis zu 16 GB internen Speicher, der erweitert werden kann, um mehr Daten aufzunehmen. Auf der Registerkarte für 10 können mehrere Benutzer ihre eigenen für Benutzer definierte Einstellungen. Dies macht es jedem in ihrer Familie leicht, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Es gibt sogar ein spezielles und sicheres Kinderkonto, das ihre Kinder nutzen können. Aktuelle Inhalte, die speziell für Kinder gedacht sind. Die Webbrowser erlauben nur den Zugriff auf Websites auf der weißen Liste, sodass ihr Kind nur geeigneten Inhalten ausgesetzt ist. Es ist eine 15 Megapixel Rückfahrkamera und eine weitere 2 Megapixel Frontkamera auf diesem Tablet, und beide werden nach einfachen Aufnahmen keine großen Fortschritte machen. Es kann 7p und 1080p Video mit einer Größe von 9,7 x 0,3 x 6,7 Zoll und einem Gewicht von 10,9 Unzen ist dieses Tablet sehr schlank und Es ist unglaublich einfach, unterwegs einen Preis mitzunehmen, bei dem der Tab für 10 um 140 Euro eine großartige Budgetoption ist, um es gelinder auszudrücken. Während es im Sommer dieses Android Tablet ist immer noch eine großartige Option für sparsame Käufer. Nummer 4 auf unserer Liste ist Samsung Galaxy Tab 6. Unsere Wahl für das beste Android Tablet insgesamt. Punkt. Das Galaxy Tab 6 ist die richtige Wahl für diejenigen, die ein exzellentes Android-basiertes Tablet suchen und sich möglicherweise für den Ruf von Samsung für seine Verarbeitungsqualität. Der 10,5 Zoll Display hat eine beeindruckende Auflösung von 25,60 x 1600 exzellente Farbwiedergabe zusammen mit tiefem Schwarz, während es hell und hell bleibt. Leicht zu sehen. Das Tablet 6 eignet sich perfekt zum Ansehen von Filmen im Gaming-Bereich und bietet eine 2,8 GHz Octa-Code CPU und 6 GB RAM sowie satte 128 GB interne Speicherplatz, der mit einer MicroSD-Karte auf 512 GB erweitert werden kann. Das Samsung Galaxy Tab 6 hat auch ein sehr effizientes in einem Design, mit dem Sie daraus einen PC-Disktop machen können. In nur wenigen Sekunden können Sie die Tastatur mit einem großen integrierten Trackpad anbringen. Diese Tastatur bietet eine gute Tastbarkeit-Antwort und ist sehr bequem zu tippen. Mit diesem Tablet können Sie auch den patentierten S-Stift verwenden, mit dem Sie Dokumente signieren, Notizen machen und wunderschöne digitale Werke erstellen können. Der Aufsatz ist magnetisch zum einfachen Aufbewahren und Laden. Wir mögen die von Dolby gestimmten SX Squad Lautsprecher höchstens, die erstaunliche Klarheit bieten. Tablet-Lausch. Vielleicht erreichen Sie nie wirklich das Niveau des Erstaunlichen, aber die Registerkarte S6 ist ein Schritt in die richtige Richtung. Messung von 0,2 mal 6,3 x 9,6 Zoll mit einem Gewicht von 0,7. Sie können dieses Tablet einfach in Ihren Rucksack schieben. Es ist einfach und bequem zu reisen, da es ein schlankes, schlankes Design hat, das großartig aussieht. Der 802.G NAC 2,4 GHz Wi-Fi und Bluetooth bieten Ihnen schnelle und zuverlässige Optionen für die drahtlose Verbindung. Sie können eine Vielzahl von Bluetooth verbinden. Geräte in nur wenigen Sekunden ohne Probleme Das Galaxy Tab 6 verfügt über ein beeindruckend vielseitiges und leichtes Design. Gekoppelt mit einem ultrascharfen Display und einem langen Akku Es ist einfach das beste Android-Tablet insgesamt Nr. 3 auf unserer Liste ist Huawei MediaPad M5 Pro Huawei bietet seinen weiteren Kauf eines Android-Tablets Option, indem Sie ein Tablet in Premium-Qualität anbieten, das immer noch in einer akzeptablen Preisspanne liegt. Das MediaPad M5 Pro 10.8 Display verfügt über 1600 Auflösung und 16 zu 10 Seiten Verhältnis mit der Pixel-Lichte von 2,80, was anständig, aber nicht ganz so schön ist wie der AMOLED Displays und andere Tablets. Punkt das Display ist in einem 2,5D Design aus gebogenem holländischem Glas mit einem Bildschirm zu Körperverhältnis von 82% untergebracht. Die mitgelieferte Kirin ist ein bisschen veraltet, aber 4 GB RAM stellen sicher, dass das Tablet immer noch ein würdiger Konkurrent in der Leistungsabteilung ist. Nun, es wird nicht in der Lage sein, die gleiche Form oder intensive Aufgaben wird es halten. Es bietet außerdem 64 GB internen Speicher, der über MicroSD auf 256 GB erweitert werden kann. Karte Das Tablet enthält vier Rahmenkarten und Lautsprecher, die über den durchschnittlichen Klang der meisten Tablets hinausgehen. Dies ist für Audio-File keine besonders willkommene Überraschung auf der Suche nach der besten Audio-Qualität Ihres Geräts. Es bietet auch native Unterstützung für Hi-Fi-Kopfhörer, die sich perfekt für lange Straßenfahrten und Flüge eignen. Kamerafunk Die M5 Pro verfügt über eine 13-Megapixel-Rückkamera und eine 8-Megapixel-Frontkamera, die auf Papier gut sind, aber insbesondere bei schlechten Liebbedingungen. Die Aufnahme eines HD-Aufnahmemodes lindert das Problem von zerquetschten Schwarztönen und fleckigen Weißtönen, jedoch nur für eine kurze Zeit. Dies kann für diejenigen in Ordnung sein. Punkt Profis und Foto-Enthusiasten finden dies möglicherweise eine Abzweigung. Der 7500m Akku hält bis zu 11 Stunden und benötigt knapp 3 Stunden, um vollständig auf Punkt. Es gibt auch den eingebauten 802.11 Wi-Fi, der gerade bei einer 4G-Verbindung hervorragend ist. Der biometrische Fingerabdrucksensor an der Vorderseite dieses Gäste ist praktisch, um Ihr Gerät schnell zu entsperren und bietet gleichzeitig eine zusätzliche Ebene benutzerfreundlicher Sicherheit. Es kommt auch mit einem USB-Seahafen zum Aufladen beider Daten über M5 Pro ist ein solider Anwärter auf eines der besten derzeit erhältlichen Android-Tablets. Was ihm an Kameraqualität fehlt, macht er mit einem soliden robusten Hardware-Set wie der WET, ein sehr attraktives Design mit einem ausreichend hochwertigen Display. Wenn Sie an aktualisierten Preisen interessiert sind oder einige Funktionen der in diesem Video genannten Artikel genauer kennenlernen möchten, schauen Sie sich unbedingt die unten stehenden Links an. Wenn Sie über die besten Produkte auf dem Markt auf dem Laufenden bleiben möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren.